Hallo, da bin ich wieder und wieder runter ins Wasser. Der Kugelfücher ist erledigt. Ja, willkommen bei Warft übrigens. Ist hier noch was? Nö. Doch, da ist was. Immer die Tatüter-Tati, die funkt einem immer dazwischen. Ich bin aber auch selber schuld. Jetzt sieht man direkt von der Feuerwehrstation, die ja direkt vor einer Nase ist. Also direkt vorm Haus. Ich bin ja selber schuld. Ich darf mich ja nicht beschweren hier. Da ist der Schatz. Also der Schatz ist schon mal gefunden. Das wird auf jeden Fall eine Unterwasserfolge. Den Schatz nehme ich mir gleich. Ich werde die erstmal oben abräumen. Dankeschön. Danke. Ich brauche nämlich nur jede Menge Ziegel, wenn ich mein Vorhaben wahrlassen möchte. So, jetzt muss ich wieder hoch. Gottchen, die Sauerstoffflasche. Kann die nicht länger halten. Und wieder runter. Das ist das einzige, was mich im Besicht stört. Wenn so einige Dinge unrealistisch sind, wie zum Beispiel, dass man das all... Na gut, das nicht. Aber das Holz, wenn man Bäume abhaut, dass man da unzählige Sticks, äh, Holz, äh, quasi, in sein Inventar mitnehmen kann. Das ist unrealistisch. Aber, dass man da unten entstickt, das ist ein Spiel realistischer. So, da verstehe ich manches nicht. Guten Abend. Guten Acht. Ja, ich mache heute eine lange Folge. Ach, da ist Metallärzt. Ja, Bionale ist wieder wach geworden. Die hat sich nicht vorhin schon hingelegt. Und ich wollte aber noch spielen, weil ich habe heute stundenlang, wie gesagt, Videos geschnitten. Wollte vorher noch schon ein bisschen spielen, aber das mache ich jetzt so. Es ist Wochenende, und morgen kann ich ein bisschen ausschlafen. Da sollt es mich nicht kümmern. In der Woche ist was anderes, da muss ich arbeiten. Das muss ich ja nicht sagen. Jeder vernünftige Mensch kann sich ja sein Teil dann denken. So. Hoch mit mir, bevor ich wieder ersticke. Ich weiß nicht, ob das jetzt die letzte Folge ist, für heute zumindest. Wacht wird auf jeden Fall weiterlaufen, denn das Schiff ist noch nicht erledigt. Ich habe noch, meine Ideen für Schiff sind noch nicht ausgegangen. Bei Minecraft habe ich ja, wie gesagt, jetzt aufgehört, am 26.09. war ja die letzte Folge, aber nicht komplett aufgehört. Ich habe nur aufgehört, weil ich keine Ideen mehr hatte. Und, ähm, zumindest mit diesem Modpack, mit diesem Gold City, Deko Mod. Deswegen, beim nächsten Mal werde ich ein anderes Modpack nehmen, über einen Technik Launcher. Und, ähm, mal gucken, wie sich das machen lässt. Ganz schön dunkel auf einmal. Ja, wirklich. Aber man sieht einiges. Ich gucke gerade auf dem rechten Monitor, wie groß die, ja, der Dunkelheitsgrad ist, vom Spiel, zu dem, was ich hier eigentlich auf meinem linken Monitor sehe. Ich habe auch einen Doppelmonitor. Noch. Und, ähm, das macht dann wirklich echt fun, weil man muss nicht ständig umswitchen, zwischen den Programmen. Ich muss nicht ständig diese in den Affengriff nehmen, ähm, um, äh, woanders drauf zuzugreifen. Ey, guck mal auf, die Uhr ist kurz vor Mittag und Nacht. Ich weiß. Ich hab echt nur an dir gedacht, ich dachte. Ey, du kommst noch. Nee, ja, ich komm ja noch. Aber ich habe jetzt so lange ge- Boah, so lange Video geschnitten. So lange ge- Ja, keiner Luftzug im Nacken. Baaack. Du kannst ja mal zu machen, bevor du ersprichst. Ja, ich sticke nicht. Es ist schon ordentlich kalt draußen. Und die Däne sind ja schon wieder nur an dich. So, wieder hoch. Ja, als ich aber- Madame-Dig liebt dir immer noch, kann nisch dagegen tun. Vielleicht blappert mir die Frau noch, das Sprüchen aus, wirklich. Madame-Dig, hab gar nicht geträumt von dir, ich kam ja nicht dazu. Warum kamst du nicht dazu? Ich war schon eine halbe Stunde von Mitternacht. Wie konnte das passieren? Du sitzt doch auf einem Stuhl mit Rollen. Darf ich dich einfach rüberziehen? Heute, wenn ihr einfach verheiratet seid, ihr könnt nachher gar nicht mehr ohne euer Gegenstück schlafen. Wenn man lang genug verheiratet, ist das schon. Merkt euch nicht den Spruch. Also ich kann am besten schlafen, wenn du nicht in meiner Nähe bist. Irgendwie ist das gerade ein Ödland, ich hab's hier. Ja, kriegt man einen Schokopudding an der Angel? Na komm schon. Willst du mich rüberlocken? Ja. Ah gut, ich mach ja gleich aus. Ich kann auch bis um 8 Uhr schlafen, ich meine 8 Stunden schlafen. Länger sogar noch. Ich sag mal, ich bin mal ein halb Stunden von Mitternacht. Das ist ja noch früh am Morgen. Ja, ja. Seitdem die Frau schwanger ist, ist die dauerhaft müde und geht immer um 8 Uhr ins Bett. Und möchte mich immer mitziehen, obwohl ich 8 Uhr noch gar nicht müde bin. Ich bin noch fix und fertig. Hier unten ist echt gar nichts. Was soll denn der Scheiß? Geht ja nicht immer um 8 Uhr ins Bett. Jetzt sag das kurz vor Mitternacht. Du wolltest doch... aufschlafen. Jetzt... Jetzt... Lass mich den ruhig. Ess jetzt deinen Joghurt. Ma... Ey, ich hab dir dein mitgebracht. Dann ess ich morgen dein. Na und? Gut, wenn du es so willst, dann schmeckt eh viel besser. Ich hab jetzt Bock auf Mango. Du kannst ja gerne mal Skier essen. Wir dürfen doch keine Werbung machen. Mh, Skierix von X-Marken. Schon okay. Das ist ein allgemeines Wort wie Butter. Okay. Mhm. Naja, ich dachte, das wäre eine Eigenmarke. Nein. So, ich werde erstmal das hier mitnehmen und dann den Kugelfisch erledigen, weil ich brauche Munition, ich brauche Dreck. Dreck kriege ich von dieser großen Insel, aber erst, wenn ich unten alles leer geräumt habe. Da, hier ein Kugelfisch ist. Geh dich unter den Arm waschen, dann hast du genug Dreck. So. Hier kannst du mir das haben. Cool. Schaut mich mal. Ich nenne mir den Rest von meinem Joghurt. Ja, ich muss sie. Das nennt man... Ja, wenn ihr verheiratet sein solltet, irgendwann tut euch das erstens nicht an. Die klaut die Hälfte, weil ihr zusteht und sie macht das auch. Und ihr könnt nöchst dagegen machen. Ihr könnt nur heulend zuschauen und euch sagen, womit habe ich das verdient. Leute, er hat ganz schön gute Laune. Soll ich jetzt sagen, warum? Weil er mich leiden kann. Fängt er hier an zu übertreiben. Ja, ich gehe immer schon acht ins Bett und ich futter ihm immer die Hälfte von allem weg. Leute, sobald dieser Mann immer sagt, ja, rechnet 60 Prozent runter, dann habt ihr so ungefähr die Wahrheit. Für den Let's Player bist du aber ganz schön ruhig. Ja, du hast doch gerade geredet. Bist du immer so leise? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Weil du ja redest. So, jetzt muss ich aber... Ach Gottchen, hier ist der Metall erst. Erst beschwert er sich, dass ich seinen Mango-Joghurt 60, 40 mit ihm teile. Also 60 für mich, 40 für ihn. So, hat er wieder Luft genommen? Jo, danke. Ist das dunkel? Nicht den Rest. Schwarz, schwarzer, dunkelblau. Ja, jetzt sieht man wieder was. Komisch, ne? Rechts ist immer noch ein bisschen dunkler als hier. Ich weiß auch nicht, warum. So, haben wir hier noch was? Könntest du ja nachts schlafen gehen, ich meine. Warum soll ich denn? Schlafen kann er, wenn er tot ist. Schlaf ist überbewertet. Aber wenn du nicht schlafen bist, bist du noch tot. Ja, weil ich da mit dem Kopf auf dem Grill liege. Ah, da ist noch was. Wusste ich, da ist auch noch was. Also muss ich doch noch einmal runter hier. Ja, das mache ich jetzt noch fertig. Komm hoch. Und dann muss ich ja eh zum Schiff hier zurück, weil ich bin ja dann eh voll. Langsam. Dass sich das gar nicht lohnt. Okay. Der ist festgepackt, der möchte nicht, der hat keine Lust, überhaupt nicht. Deswegen mache ich jetzt mal die weiter hier. So. Und jetzt geht's zurück zum Schiff. Also muss ich hoch. Und den, den brauche ich, glaube ich, gleich. Ich habe irgendwie was gesehen. Wusste ich doch. Komm, 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 komm. Dankeschön. Dich brauche ich hier, genau. So. Dann werde ich meinen restlichen Haken noch erledigen hier. Schrott brauche ich sowieso immer. Wie sieht es mit Schrott aus da, 20, 16. Viermal Schrott kann ich noch nehmen. In der Nacht wird es dunkel Und Schrott gibt's nicht so sehr. Zwei Mal im Sand. Meiers TV ist müde Und gleich schläft auch er. Echt? Ach, am Abend die Sterne, sie leuchten so hell. Das sind Straßenlichter, die sind scheiße greif. Komm, schlafen, schön schlafen, sonst zieh ich dich am Ohr hinterher. Morgen musst du rot braten und essen ganz viel. Die Einweihungsfeier macht sich nicht von allein. Und soll ich das alles machen, gibt's morgen nichts Gebratenes. Gut, ich komme ja gleich. Aber nur was sie es möchte. Dein Fuß. Nein, ohne dich nicht strafft, also bewegt dich endlich. Ich werde so großer Kuschel wieder. Ich kann ohne mich nicht schlafen. Oh Gott, ist das lieblich. Das ist ein Beweis. Jetzt komm endlich. Ja, gut. Ja, ich komme. Gut, Körper. Ich bewege mich lieber, sonst dreht die Frau noch durch. So. Gut. Eigentlich wollte ich Schluss machen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben unten im Ozean viel geschafft. Ein Metallärzt ist noch da. Ja, Gott, der Krüter schaut mich ja gleich so großartig an. Und, ähm, ja, dann werden wir uns nächste Folge auf den oberen Teil der Insel konzentrieren. Und ich muss erst mal mein Zeug geworden werden. Das mache ich in der nächsten Folge. Das überlasse ich den ZukunftsmeiersTV. Bis dann noch viel Spaß und tschüss. Wo ist der Knopf hier? Ach, den hat sie mir den Joghurt zugestellt. Bis dann. Bis dann. Bis dann.